Was ist geschehen? Sie lassen Alfredo frei. Noch heute. Opium. Das wären dann 12.000 Pirseten. Die Hälfte will ich im Voraus. Ich möchte die Freude des Opiums mit Ihnen teilen. Ich fühle mich völlig friedlich. Es ist so weit. Belen liegt in den Wehen. Hier hast du deinen Sohn, mein Lieber. Aber das ist unmöglich! Felsen, los! Alle Welt muss denken, dass es eine Totgeburt war. Ich bin Belen in den Wald gefolgt. Sie hatte den Brief. Und? Hast du ihn jetzt? Diego hat ihn an sich genommen. Auch wenn Andres irgendwann erfährt, dass Don Carlos sein Vater war, würde er es doch nie beweisen können.